Seid gegrüßt! Wir sind der Arktorianische Rat. Wir freuen uns, mit Euch allen in Verbindung zu treten. Wir sind sicher, dass Ihr alle genau das bekommt, was Ihr in Eurem Leben gerade braucht. Denn wir wissen, dass dies der Weg des Universums ist. Wir wissen, dass Euch immer genau das gegeben wird, was Ihr braucht, um zu wachsen, Euch auszudehnen und Euch zu entwickeln. Wir wissen, dass Eure Aufstiegsreise manchmal nicht angenehm ist und nicht das ist, was Ihr wollt. Aber wir wissen auch, dass es das ist, was in jedem einzelnen Moment für Euch am angemessensten ist. Wenn Ihr jeden Moment so sehen könntet, dass er Euch genau das gibt, was Ihr braucht, um zu wachsen, Euch auszudehnen und Euch zu entwickeln, dann könntet Ihr mehr Spaß in Eurem Leben haben. Ihr würdet feststellen, dass es in dem Moment, in dem Ihr Euch befindet, immer etwas zu schätzen gibt und Ihr würdet Euer spirituelles Wachstum als Eure oberste Priorität und Euren Wunsch betrachten. Ihr würdet auch wissen, dass Ihr irgendwann alles bekommen werdet, was Ihr Euch wünscht und das würde Euch Trost spenden. Wenn Ihr mit dem, was ist, in Frieden sein könnt, habt Ihr alles, was Ihr braucht, um über das, was ist, hinaus zu gehen und an diesen besseren Ort, diese bessere Realität zu gelangen, die Ihr sucht. Sobald Ihr in den Widerstandsmodus übergeht und darüber nachdenkt, wie Ihr die äußere Realität verändern und die Dinge, die Ihr nicht wollt, verschwinden lassen könnt, habt Ihr Euch selbst aus diesem Ort des Friedens herausgeholt und ungewollt Euren Fortschritt vereitelt. Wir alle leben in einem Universum der Dualität und das bedeutet, dass Ihr akzeptieren müsst, dass das Gegenteil von dem, was Ihr wollt und was Ihr glaubt, immer existieren wird. Es ist nicht da, um Euch zu verspotten oder zu ängstigen, sondern es ist da, um Euch die Möglichkeit zu geben, zu wählen. Und Ihr könnt wählen, was Ihr wollt, ohne das zu verteufeln, was Ihr nicht wollt. Ihr könnt positiv sein, in einem Meer von Negativität. Ihr könnt das Licht in einem Raum voller Dunkelheit sein. Das sind Eure Entscheidungen und Ihr wisst, dass Ihr Euch besser fühlt, wenn Ihr aus dem Licht kommt und Euch auf das Positive konzentriert. Du fühlst Dich nicht gut, wenn Du versuchst, das zu besiegen oder auszulöschen, was Du nicht willst, aber Du ignorierst dieses Gefühl, weil Du denkst, dass das, was Du tust, dem größten und höchsten Wohl aller dient. Du begibst Dich auf Deinen persönlichen Kreuzzug, um die Welt von einer Perspektive, einer Sichtweise zu befreien, die anders ist als die, die Du gerade vertrittst. Und genau das ist der Punkt, an dem die Menschheit auf die schiefe Bahn gerät. Schaut Euch Euer Leben an, wie es jetzt ist, und segnet jedes Quäntchen davon dafür, dass es Euch das gibt, was Ihr braucht, um geistig zu wachsen, und stellt Euch dann die Frage, wie kann ich aus dieser Situation geistig wachsen? Ihr müsst es nicht einmal als negative oder unerwünschte Situation bezeichnen. Sieh es einfach als das, was es ist, kein Urteil, keine Definition erforderlich, und dann könnt Ihr zum Punkt der Akzeptanz gelangen. Ihr könnt es umarmen. Ihr könnt denjenigen vergeben, die Ihr dafür verantwortlich gemacht habt, dass es zu Euch gekommen ist, obwohl Ihr tief in Eurem Inneren wissen müsst, dass Ihr das alles selbst erschafft. Und alles ist vorübergehend. Aber wenn Ihr dagegen ankämpft, wenn Ihr Euch dagegen wehrt, wenn Ihr es beschuldigt und verurteilt, dann werdet Ihr mehr davon bekommen. Ihr werdet diesen vorübergehenden Besuch in die Länge ziehen, und Ihr könnt ihn in Jahre oder sogar Jahrzehnte verwandeln, in denen Ihr gegen dieselbe Sache oder dieselben Menschen kämpft. Es ist an der Zeit, loszulassen. Es ist an der Zeit, alles, was in der Quelle existiert, genau so sein zu lassen, wie es ist. Und dann kannst Du wählen, wie Du Dich fühlst, womit Du in Resonanz gehst, was Du gerne mehr in Deiner Realität sehen würdest. Und wenn es nicht sofort auftaucht, und wenn es sich nicht so zeigt, wie Ihr es wollt, schließt Frieden damit. Ihr seid nicht da, um alles zu diktieren, um Diktatoren zu werden. Ihr seid da, um bedingungslose Liebe zu sein. Und das bedeutet, dass Ihr Liebe unter allen Bedingungen wählt, und alle Bedingungen müssen zugelassen werden, damit Ihr die bedingungslose Liebe sein könnt, die Ihr immer gewesen seid, und die Ihr für diese Zeit auf dem Planeten Erde immer sein wolltet. Wir sind der Arktorianische Rat, und wir haben es genossen, uns mit Euch zu verbinden.